Wir haben jetzt nicht so detailliert über die Nationalmannschaft gesprochen, aber klar merkst du, dass da aktuell jetzt nicht die beste Stimmung ist bei den Deutschen. Das ist verständlich, die Ergebnisse waren nicht so, wie sich das vorgestellt haben, gerade jetzt in der Sommerpause mit den drei Freundschaftsspielen. Aber grundsätzlich hat Deutschland einen super Kader und dann, wenn es ernst wird, wenn dann die HM-EM ansteht, glaube ich, werden die schon auch 100 Prozent geben und dann versuchen, das maximal rauszuholen. Vielleicht müssen sie noch ein paar Tipps von den Ungarn holen, also sie können gerne auf mich zukommen. Ja, es ist ein Ziel für uns. Wir sind noch nicht qualifiziert mit Ungarn, aber es ist natürlich für einen Spieler, der in Deutschland geboren ist, aufgewachsen und auch in der Deutschen Bundesliga spielt, ein Ziel, die HM zu spielen in Deutschland. Wir sind auf einem guten Weg mit Ungarn und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann auch qualifizieren und ich dann auch meine HM hier in Deutschland spielen könnte.